Kapitel 3 Übung A13 Hören Sie das Interview zweimal und korrigieren Sie während des Hörens die falschen Informationen oder ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Ich bin gelernter Baumaschinenfahrer und zog 2001 nach Narvik in Norwegen, um dort in einer Gartenbaufirma zu arbeiten. Es brauchte Zeit, bis ich mich an das Land gewöhnte und mich hier wohlfühlte. Und das lag nicht nur an dem Wohnwagen, in dem ich ein Jahr lebte. Das Verhalten der Norweger ist anders. Auf dem Bau wird zum Beispiel nie jemand laut, auch wenn er sich noch so sehr über einen Kollegen oder einen Missstand ärgert. Dazu kamen private Probleme. Meine Frau wollte nicht mitgehen in den kalten Norden. Sie blieb in Berlin. Ein bisschen traurig ist es schon, wenn man nach 32 Jahren getrennte Wege geht. Ich habe hier viele Bekannte. Richtige Freunde zu finden, ist allerdings schwer. Man ist eben dann doch der Ausländer. Ich beschäftige mich in der Firma jetzt mit Leitungsaufgaben und habe mir gerade ein kleines Haus in Norwegen gekauft. Norwegisch spreche ich inzwischen auch recht gut und ich fühle mich verbunden mit dem Land. Die norwegische Landschaft ist wunderschön. Selbst auf die Winter, in denen es kaum hell wird, freue ich mich richtig. Überall liegt dann Schnee und alles ist erleuchtet. Von einem Leben in Deutschland träume ich schon lange nicht mehr und an einer Rückkehr denke ich nicht. Im August 2005 bin ich von Hamburg nach Dublin übergesiedelt. Ich ging ins Ungewisse. Die Jobinterviews waren per Telefon. Ich kannte weder Büros noch Kollegen. Eigentlich wusste ich gar nichts. Ich fürchtete mich vor dem Neuanfang. Aber ich habe mich auf mein Gefühl verlassen, dass die Arbeit genau das ist, wonach ich gesucht habe. Ich bin jetzt Kundenbetreuerin bei Google. Zwar sind die Lebenshaltungskosten, gemessen am europäischen Standard, recht hoch. Aber ich verdiene gut und in Deutschland konnte ich nach meinem Studium keine Stelle finden. Obwohl ich offen bin und mich für viele Dinge interessiere. Die Iren sind sehr kontaktfreudig. An der Bushaltestelle sitzt du keine zehn Minuten, ohne dass dich jemand anspricht. Anschluss zu finden ist hier sehr leicht. Ob ich hier bleibe, weiß ich noch nicht. Vielleicht verliebe ich mich ja in einen Iren. Es ist aber auch möglich, dass ich wieder in meine Heimat ziehe. Ich lebe das, wovon wahrscheinlich viele Deutsche mal träumen, wenn ihnen der Alltagsstress über den Kopf wächst. Mehr als 25 Jahre wohne ich jetzt in Griechenland. Ich bin Anfang der 1980er Jahre vor dem Stress, der Hektik und den Alltagsproblemen geflüchtet. Ja, ich bin ein Aussteiger. Ich sehnte mich nach Sonne, Wärme und Ruhe. Jetzt begnüge ich mich mit einem einfachen, zurückgezogenen Leben. Ich bin Arzt und behandle meine Patienten kostenfrei. Wir leben von unserem Olivenöl und einigen wunderbaren Produkten befreundeter Bauern. Wir gehören zur Dorfgemeinschaft. Natürlich ist auch hier nicht alles eitel Sonnenschein. Wenn jemand über die deutsche Bürokratie schimpft, soll er bitte mal hierher kommen und mich einen einzigen Tag durch die Ämter begleiten. Er wird in Zukunft von Deutschland schwärmen und von dem Sozialwesen und dem Gesundheitswesen. Nach Deutschland möchte ich aber nicht zurück. Auch nicht im Alter. Ich bin im Juli 2006 nach Tirol gezogen, weil ich in Hannover nie eine feste Stelle als Kellnerin bekommen habe. Die ständige Jobsuche hat mich genervt. Man hat uns aber vor einem schnellen Umzug ins Ausland gewarnt. Erst als auch mein Mann eine Arbeit als Kfz-Mechaniker in Österreich gefunden hatte, sind wir mit den Kindern umgezogen. Hier liegen die Jobs auf der Straße. Über einen Mangel an Arbeit kann ich mich nicht beklagen. Allerdings fühle ich mich nach anderthalb Jahren Tirol immer noch nicht so richtig heimisch. Ich mag vor allem die Berge nicht. Ich muss zugeben, dass ich oft Heimweh habe und ich finde es schade, dass ich mich nicht mehr richtig um meine Eltern kümmern kann. Aber meine Kinder und mein Mann wollen auf die bergige Landschaft und ihr neues Zuhause nicht mehr verzichten. Ich selbst hoffe, dass ich eines Tages nach Deutschland zurückkehre. Ich kann dich nicht mehr, weil ich mich nicht mehr so richtig heimisch vergr mêmes Coett vor denen kam. Soć ich war